Dein Ernst, Markus? Ja, sicher. Kann man doch auch einen Haushalt brauchen. So eine Axt, eine Frühstücksaxt, ganz klassisch. Und eine Frühstücksaxt ist im Haus, geht man gerne ein und aus. Moin! Ja, unsere Reisepläne haben sich in diesem Jahr ein bisschen verändert. Genau, schon wie im letzten Jahr. Wir wollten dieses Jahr an sich nach Spanien fahren, Freunde besuchen, eine kleine Rundreise machen. Haben gesagt, komm, aus bekannten Gründen, lass mal dieses Jahr einfach alles mehr bleiben und haben eine Entscheidung getroffen. Wir bleiben an der Hunte! Yay, wir sind jetzt schon eine Woche hier, arbeiten auch fleißig, haben richtig Glück gehabt im Wetter, waren schon im See. Lagerfeuer. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn hier machen, wie können wir uns einrichten, damit uns nicht langweilig wird und warum uns nicht langweilig wird und was wir alles vorhaben und schon gemacht haben, das erzählen wir in diesem Video. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's! Ja, wir bleiben also erstmal an der Hunte, so ist zumindest unser Plan. Und dann haben wir, bei uns weiß man ja nie, auf jeden Fall haben wir dann überlegt, okay, was können wir denn hier noch Cooles machen und ja, eins meiner absoluten Favoriten, wir haben seit Sonntag Fahrräder. Wir haben ja bisher darauf verzichtet, weil wir die nicht mitnehmen können, weil Deichsel, Fahrradträger, ihr kennt das, 150 Kilogramm Zuladung, Räder drauf, auf dem Dach sind die Kajaks, da kommen wir später dazu, weil wir eigentlich möchten wir gar nichts auf dem Dach haben. Dann haben wir gesagt, komm, wenn wir jetzt dieses Jahr eh hierbleiben, dann können wir auch Fahrräder haben und lassen die einfach hier stehen. Und haben halt voll Bock, einfach so ein bisschen die Umgebung hier zu erkunden und hier sind auch echt schöne Fahrradstrecken. Flaches Land. Und das Schöne ist, ich kann jetzt auch immer zum Wasser holen und so weiter, das Brötchen holen, das wird jetzt alles mit Fahrrad erledigt und zum Supermarkt fahren. Ich freue mich schon total, gerade bei gutem Wetter, macht das richtig Spaß. Ja, auch längere Radtouren, da kommen wir dann auch später noch zu, so mit Overnighter, unsere Zelt reaktivieren, kleine ein, zwei Tagestouren machen. Da muss man ja Equipment verändern, aber darum geht es dann erstmal später. Was wollen wir noch machen? Wir haben ja in Schweden angefangen, ein bisschen auf dem Feuer zu kochen, haben wir richtig Spaß dran gehabt und wir haben schon mal mit dem Raketenofen und dem FT9, so ein Dutch Oven. So ein sehr großer Dutch Oven. Den nutzen wir zu Hause und auch bei Familienfeier machen wir schon mal ein Irish Stew gerade um Weihnachten rum und das war uns einfach viel zu groß zum Mitschleppen. Den haben wir auch tatsächlich irgendwie ein, zweimal mitgenommen, aber sonst war es immer so, ach ne, den jetzt einpacken. Und dann haben wir jetzt einen kleineren, holt den 4, 5er und damit wollen wir jetzt mal versuchen zu kochen, Brot zu backen. Und das Coole ist, der passt nämlich auch genau in unsere Feuerschale, das heißt wir können auch die Feuerschale quasi als Ofen für den Dutch, also als Unterlage für die Kohlen und so weiter. Jules hat extra ein Gärkörbchen mitgebracht. Jules, was machst du da? Was hast du da? Keine Ahnung. Sondern? Ein Gärkörbchen. Jetzt zeig doch mal her. Ist tatsächlich sehr, sehr cool. Bei Sauerteigbrot kommt hier der Teig rein und dann wird der darin gärt, der dann, beziehungsweise er geht da drinnen, er gärt. Dann wird er umgestürzt und dann hat man oben im Brot nachher dieses... Ja, pass auf, wie das genau geht, erzählst du dann im Video, okay? Na gut. Also das nehmen wir wirklich jetzt nur mit, weil ich habe so Bock im Dutch Oven mal so richtig geile Sauerteigbrote zu backen. Ja, das einfach mal auszuprobieren. Was kann man davon auch wieder mitnehmen? Weil wir haben gesagt, Mensch, wir müssen jetzt einen Kompromiss machen. Groß rumreisen ist einfach dieses Jahr nicht. Jetzt einfach mal einen Haken dran machen und dann in der Situation einrichten. Deswegen auch die Fahrräder würden wir sonst nicht machen. Aber wo wir schon mal Dauercamper sind hier an der Hunde... Ja, das haben wir uns auch gesagt. Nee, und es ist ja auch einfach schön. Wir haben jetzt gesagt, okay, klar, waren wir auch irgendwie so ein bisschen geknickt, dass wir nicht nach Spanien können. Aber mein Gott, wir haben hier doch alles. Wir können hier so viele tolle Sachen machen. Wir haben da Wasser, wir können schwimmen, wir können Lagerfeuer machen. Guckt auch mal nach solchen Plätzen. Und es haben ganz, ganz viele gefragt, wie seid ihr an den Platz gekommen? Und so haben wir Tipps und Tricks gegeben. Haben wir ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Einfach mal fragen. Wie gesagt, wie heißt das? Den Mutigen oder der Mutigen gehört die Welt. Und Bauernfragen, Försterfragen oder so. Da gibt es schon immer auch noch Möglichkeiten. Ja, absolut. Und das haben wir gesagt, das nutzen wir. Da scheint uns doch nicht nur die Sonne ins Gesicht, sondern auch aus dem Pöppes. Ja, dann mit dem Lagerfeuer. Wir hatten ja in Schweden so eine Eisenpfanne geholt. Und da fehlt ein Holzgriff dran. Und den kann ich schnitzen. Und da habe ich gedacht, Mensch, zum Schnitzen mit der großen Axt, das ist ja unhandlich. Und auch wenn wir jetzt so Overnighter machen mit dem Fahrrad oder so. Da muss ja noch eine Axt her. Genau, nämlich eine kleine Axt. Und macht Spaß. Aber wie? Siehst du schon, wie es langsam spitz wird? Ja, ist das mein Marshmallow-Stock? Das wird dein Marshmallow-Stock für heute Abend. Markus macht mir einen Marshmallow-Stock. Die ist so cool süß, die Axt. Axt und süß in einem Satz ist auch irgendwie falsch, oder? Ja, und diese Axt, die kommt dann natürlich zum Einsatz, sowohl zum Gripschnitzen, als auch wenn wir eine Overnight-Tour machen mit dem Fahrrad und Zelt beispielsweise. Da will man ja abends auch ein Lagerfeuerchen machen. Da überlegen wir uns übrigens noch die Anschaffung von so einem kleinen Buschbox-Hobo-Ofen. Wenn ihr da Tipps habt für uns oder so, gerne in die Kommentare, welche Größe... Größe, schreibt gerne was zur Größe für zwei Personen, was ihr empfehlen könnt. Welche ist richtig gut, welche zieht gut auf ein kleines Lagerfeuerchen oder so. Apropos Axt, ich nenne sie übrigens liebevoll Handtaschen-Axt. Das ist ja eine Handtaschen-Axt. Sagen wir doch lieber, es ist eine Hand-Axt, okay? Also wenn Markus dann mit seiner Handtasche unterwegs ist, passt dann die Axt. Aber das heißt, weil wir auch, das ist noch eine andere Sache, weil wir Lagerfeuer, wir haben jetzt auch schon vier, fünf Mal in der Woche Lagerfeuer gemacht, auch mal Holzhacken üben, ich jetzt, damit das mal ein bisschen entspannter geht. Und dann haben wir noch eine Axt von Schwiegervater, bekommt so eine richtige Spaltaxt. Und das heißt natürlich, dann sind drei Axte da, da kann man natürlich endlich mal ein Axtvideo machen und auch nach der Säge haben viele gefragt, also das wird kommen. Auf jeden Fall auch Back- und Koch-Videos zum Dutch Oven und draußen kochen. Da haben wir richtig Bock drauf, weil jetzt auch die Zeit dazu ist. Wir arbeiten halt auch viel, aber dann eben zu sagen, komm, wir haben jetzt gearbeitet und jetzt machen wir heute Abend mal, schön drei Stunden lang backen wir noch ein Brot im Dutch Oven. Und dann haben wir ja auch genug Zeit, das darf dann ja auch zwei, dreimal schief gehen oder so. Ja, aber das tut es bei uns ja gar nicht, das klappt ja immer alles auf Anhieb. Ja, was steht noch an Jules? Ja, es ist vielleicht jetzt ein bisschen, ich nenne das, ich sage mal das Wort random, es ist jetzt, wir haben neue Stühle. Ja, da haben wir einen Post gemacht am Lagerfeuer auf Instagram. Und ganz viele haben gefragt, was sind das für Stühle und so. Die probieren wir gerade aus, die haben ein richtig schön kleines Packmaß, weil wir ja die Packroutine in Schweden verändert haben mit Euroboxen im Kofferraum. Jetzt passen unsere alten Stühle nicht mehr in den Kofferraum, sind immer, das erzählen wir alles in einem Stuhlvideo, falls wir das machen, falls sie sich bewärmen. Genau, wir müssen die erstmal ausgiebig testen, ob sie überhaupt cool sind. Also eine Woche haben sie jetzt hinter sich, sieht gut aus, aber ein, zwei Wochen sollen sie auf jeden Fall nochmal auf dem Buckel haben. Und das Packmaß ist einfach umwerfend. Das ist ein Träumchen, also das ist wirklich ein Träumchen. Und so sind wir jetzt gerade dabei, weil das ist der nächste Punkt, was wir auch vorhaben, ist halt mit den Kajaks, wir sind an der Hunte, Kajaktouren zu machen. Und wir haben festgestellt, die zwei Einer-Kajaks, die wir geschenkt bekommen haben, ihr erinnert euch vielleicht, die sind toll, die sind gut, die haben aber zwei große Nachteile. Zum einen, der Hauptnachteil, die sind eben nicht kleinfaltbar, sondern sie sind eben steif und Kunststoff. Und das GfK, und da haben wir gesagt, immer aufs Dach. Und das ist aber Pengelei, wir möchten weder Fahrräder noch Kajaks auf dem Dach haben. Hier wäre jetzt nicht schlimm, einmal hin. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so ein Zweier-Kajak wäre ja ganz cool. Weil wir eben auch Lust auf einen Zweier-Kajak haben, das haben wir auch festgestellt. Und da ist der zweite Nachteil bei den Einer-Kajaks ist, du kannst Sachen mitnehmen, aber du kommst an diese Sachen auch nur genau dann ran, wenn du aussteigst. Also du musst aussteigen und dann kommst du dran. Und dann haben wir gesagt, ach, aber so einfach mal eine Kniffte essen auf dem Fluss oder so, wäre doch auch ganz nett. Und leichteres Ein- und Aussteigen, muss man auch sagen. Jedenfalls haben wir gesagt, Hauptargument, die Kajaks sollen vom Dach weg, also muss ein Faltkajak her. Ja. Und da haben wir uns für ein aufblasbares zunächst mal entschieden. Ja. Und da die Frage an euch, wenn ihr da Tipps habt, welches Zweier-Kajak? Also wir haben so eins ausgesucht von Gumotex, glaube ich. Sea, Sea, Sea... Sea Wave, glaube ich. Sea Wave, ja. So, weil dann gibt es die richtig, also dann gibt es noch eine Marke, habe ich vergessen, also da bist du aber direkt bei 2.500, 3.000. Grabner. Grabner, das ist uns auf jeden Fall zu teuer, das ist nicht im Budget. Nee. Und, also wir haben so gedacht, so bis 1.000 Euro, maximal 1.500 Euro. Aber mit Schwimmwesten. Mit Paddel, mit Schwimmwesten, bitte und vielleicht auch noch mit Spritschutz oder so. Also das ist komplett Paket quasi. Also maximal, maximal. Also wir nehmen es auch günstiger, so ist es nicht. Ja. Und, also wenn ihr da Erfahrungen habt, weil es gibt ja auch günstigere Boote, für 200, 300 Euro taugen die was oder so. Einfach mal gucken. Ja. Da haben wir auf jeden Fall richtig Bock drauf. Also so die Kajaktouren oder auch mal längere Fahrradtouren oder so. Also es ist halt auch schön, weil man kann es dann direkt mit Bewegung verbinden. Das finde ich halt auch schön, weil in der Natur sind wir ja schon. Und klar, wir sind auch immer super gerne so spazieren gegangen oder wandern in Schweden. Das war auch cool. Aber ich finde es halt total schön, durch die Fahrräder haben wir jetzt einfach noch eine Option mehr. Und durchs Kajak eben halt dann auch. Und dadurch, dass wir sagen, wir bleiben hier, haben wir halt auch die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, zu gucken. Schwiegereltern sind in der Nähe. Wir haben hier Möglichkeiten, Sachen unterzustellen, um eben so zu gucken. Muss das nicht alles, wenn wir das jetzt alle wieder nach Schweden nehmen müssen. Keine Sorge, Mama, Papa, wir brauchen nicht die ganze Garage. Sei nicht so voreilig. Ja, ich hab's auch gedacht. You never know. Und, naja, das haben wir auf jeden Fall noch vor. Und daraufhin eben auch die Ausrüstung zu optimieren. Dann steht ja nicht nur so ein Hobo-Ofen an und eine kleine Axt, die durfte ich ja jetzt schon kaufen. Sehr gut. Finanzministerin hat Ja gesagt. Da ist ja ein bisschen budgetfrei geworden, weil Spanienurlaub entfällt ja. Also somit keine Spritkosten, keine Campingplatzkosten, weil wir ja hier Dauernieter sind. Dauercamper. Ja, auf jeden Fall arbeiten wir eben auch die ganze Zeit hier. Wir haben halt auch gesagt, komm, dann machen wir dieses Jahr gar keinen Urlaub. Wenn wir eben so lang wie möglich und so viel wie möglich an der Hunde stehen, dann verschwimmt das sowieso alles ineinander. Also arbeiten wir hier auch, nutzen natürlich Internet. Und da haben ganz viele nachgefragt. Ganz, ganz viele. Und wir haben euch bis jetzt alle vertröstet. Wie wir das machen mit dem Internet, ob wir Tipps und Tricks haben, wie wir das machen, ja, haben wir. Also da gibt es dann auch endlich ein Video drüber. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ach ja, wir waren in den letzten Wochen übrigens auch noch fleißig. Da haben wir nämlich, genau. Hau raus. Also da haben wir die Zeit genutzt, weil wir ja keine Videos gemacht haben. Habt ihr ja auch mitgekriegt vielleicht der eine oder andere. Also fünf, sechs Wochen, vier, fünf, sechs Wochen haben wir jetzt kein Video gemacht. Das hat auch nochmal einen Grund. Da sagen wir in einem Extravideo noch was zu, weil einfach mit dem Erreichen von 30.000 Abonnenten, was übrigens richtig groß hat. Wir haben uns super gefreut. Ihr seid cool. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz im Feedback und so. Aber da glaubt ihr einfach nicht mehr jeder. Das haben wir auch in den Kommentaren teilweise zum Glück nur ganz, ganz wenig gemerkt. Aber auch so glaubt ihr keiner mehr, dass es nur für Spaß an der Freude macht. Und wir machen es nur für Spaß an der Freude. Und dann stellt ihr sich aber die Frage, wollen wir das professionalisieren oder nicht? Kooperationen eingehen. Ach, da könnte man Geld mitnehmen. Es gibt eine ganz klare Entscheidung. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr auch, wie die ausgefallen ist. Also nein, wir machen das nicht. Wir bleiben einfach Jules und Markus und keine Kooperationen, keine gesponserten Produkte. Wir haben alles selber bezahlt. Wir werden in Zukunft alles selber bezahlen. Und die, die uns jetzt für dumm halten, weil wir gewisse Kohle nicht mitnehmen, das ist auch okay. Aber ich muss auch nicht jede Flasche Wein trinken, an der ich vorbeikomme. Aber wie gesagt, da machen wir noch mal ein Extravideo zu. Da haben wir uns lange mit beschäftigt. Sehr lange. Und wir haben uns das wirklich sehr gut überlegt. Also das kann man vielleicht auch sagen, wir sind auch einfach Menschen. Wir durchdenken Sachen wirklich gerne und gucken von allen Seiten drauf. Und manchmal brauchen wir da halt einfach ein bisschen Zeit. Und da haben wir uns irgendwie die letzten Wochen gesagt, okay, es ist jetzt halt auch einfach eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil da ja auch viel von abhängt. Das erzählen wir da noch. Und deshalb war es ein bisschen ruhiger die letzten Wochen, weil wir da auch einfach so ein bisschen Zeit für uns brauchten, um da uns drüber im Klaren zu werden. Aber wir waren ja bei einem ganz anderen Thema, denn wir haben diese Zeit eben auch genutzt und haben an unserem Blog gearbeitet. Schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es auch außer der Reihe mal Rezepte von Jules oder so. Oder wenn wir uns Gedanken durch den Kopf geben, wo wir sagen, das passt jetzt nicht in ein Video oder so. Das macht uns Spaß, weil wir kommen ja eigentlich aus der Bloggerei, also Foodbloggerei. Und auch so schreiben wir gerne mal was. Und auch da gibt es noch ein paar Gedanken, so was sich in Zukunft, also rein Hobby mäßig, wie gesagt, entwickeln könnte. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeiguckt. Ihr könnt da auch super gerne kommentieren. Ihr könnt uns da auch folgen. Und wie gesagt, ich backe und koche ja wirklich sehr viel. Und wir wollten halt eben nicht zu jedem Rezept ein Video machen, sondern nur zu ausgewählten Rezepten. Und deshalb gibt es dann so ein paar... Weil dann kommen die Equipment-Leute und sagen immer nur Kuchen backen und auch schweißen. Ja, zum Beispiel haben wir ein super leckeres Rezept für ein schnelles, also gar nicht so schnell, ein einfaches Chia Butterbrot aus dem Omnia. Also guckt einfach mal vorbei. Also schnell nicht, weil der Teig ultra lange gehen muss. Aber mega lecker und einfach. Aber einfach ist es, ja. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr mal vorbeiguckt. Lasst uns auch gerne Feedback da, wie ihr es findet, ob es euch gefällt, was ihr euch vielleicht wünscht oder so. Wir freuen uns da immer über den Austausch. Und jetzt sind wir natürlich sehr neugierig. Was sind eure Gedanken zu diesem Jahr im Sommer, Sommerurlaub? Und so geht es bei euch weg. Das heißt, traut ihr euch weiter weg? Fahrt ihr weiter weg? Und wohin geht es? Wie lange? Oder sind eure Urlaubsfläne auch durchkreuzt worden oder so? Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wir machen Arbeitsurlaub, Lagerfeuer, Runde aufgeteilt. Wir genießen quasi die Zeit. Und probieren viele Sachen aus und wollen gucken, ob wir halt Feuerkocher werden, Overnight, also im Zelt immer wieder unterwegs sein, mit Kajak oder so. Wie gesagt, schreibt gerne mit den Kajaks, ist mir ganz wichtig, weil da kann man über Kajaks ein Zweit- und Drittstudium machen. Schreibt es wie immer super gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.